Hey, es macht einfach Spass. Ich engagiere mich hochschulpolitisch. Ich interessiere mich für Hochschulpolitik. Ich engagiere mich im Klasse. Ich will gerne mitreden, weil ich es super toll finde, mich an den Studierenden aus der ganzen Schweiz vernetzen. Weil ich es wichtig finde, die Studierenden sichtbar zu machen. Die Probleme und die Konflikte, die ich an meiner eigenen Universität sehe, ändern kann. Ich bin in der Hochschulpolitik, weil ich mich für die Studierenden einsetzen will. Gleichstellung bedeutet für mich nicht einfach eine Kurdenfrau zu sein, sondern sich gleichwohl zu engagieren. Egal in welchem Bereich. So wie überall ist auch in der Hochschulpolitik ein Vielfaltes Team wegfahren. Es trägt zu einer besseren Repräsentation und Inklusion bei. Vor allem in Bezug auf die gesellschaftliche Nachhaltigkeit ist mir die Vertretung von Frauen in und über hochschulpolitische Eltern hinaus ein besonderes Anliegen. Unsere Großmütter haben sich vor 50 Jahren erfolgreich für das Frauenstimmrecht eingesetzt. Doch wir sind noch lange nicht am Ziel. Und daher wünsche ich den jungen Frauen in der Schweiz, dass sie sich selbstbewusst für die Sachen engagieren, die ihnen am Herzen liegen. Ja, das war mir im Lott. Ja, das war mir gut. Bis zum nächsten Mal.